Ich höre, der Herr sagt, wir sollen beten für Nigeria. Und der Herr sagt, ich weiß nicht, warum der Herr mir dieses Wort gibt, weil ich bin heute Morgen in der Schweiz, ich spreche zu Schweizern in Europa. Und er gibt mir aber dieses Wort und ich höre, wie er sagt, wir sollen beten für Nigeria. Weil in 2023, es darf nicht geraubt werden vom Königreich der Dunkelheit. Weil 2023 bestimmt der Herr Nigeria auf dem Weg zu sein, dass sie eine der mächtigsten oder reichsten Nationen der Erde werden. Und 2023 an bestimmt Gott Nigeria, um die reichste Nation auf Erden zu werden. Und zwar das gilt für das Geistliche, aber auch im Physischen. Aber ich höre, dass der Herr sagt, warne die Nigerianer und auch nigerianische Jugendliche, nigerianische Gemeinden, es ist eure letzte Chance. Es ist ihre letzte Chance. Und sie sollten sie nutzen, diese Chance nutzen, die der Herr ihnen gegeben hat, um Nigeria zu einer großartigen Nation zu machen. Und ich höre auch, der Herr sagt, wir brauchen es, dass wir eine starke Sicherheit haben, von jetzt an, dem Mann gegenüber Peter Obi, der Mann genannt Peter Obi, der aufgestellt wurde für die Präsidentenwahlen in Nigeria für 2023. Weil der Teufel wird alles Mögliche tun, um diesen Mann zu töten. Bevor 2023. Gott ruft die Nigerianer auf, die Gemeinden, dass sie aufstehen und dass sie große Sicherheitsvorkehrungen treffen, um diesen Mann genannt Peter Obi, weil der Teufel tut alles Mögliche, um ihn zu entwurzeln und ihn zu entwurzeln vor 2023. Ich stehe hier in der Schweiz und ich erkläre als die Stimme Gottes und das Sprachrohr Gottes, als Gemeinde, Jesu Christi in Nigeria. Wir stehen auf und haben eine Stimme, um die Bestimmung zu verändern ihrer Nation. Denn diese Gelegenheit darf nicht verpasst werden. Im Namen Jesu können wir alle aufstehen. Wir wollen jetzt für bitte tun für Nigeria. Es ist wirklich ernst. Es ist wirklich ernst. Ich mache keine Politik. Aber trotzdem gehorche ich dem Himmel. Ich gehorche dem Himmel. Und ich sollte das auch hier nicht sagen, was ich gerade gesagt habe. Wenn das nicht einfach von Gott so inspiriert wurde und ich da gefangen genommen wurde vom Himmel. Bitte, wenn ihr Nigeria kennt oder auch nicht, wenn ihr nicht mal wisst, wo auf der Karte das liegt, bitte, bitte sei mit dabei im Gebet in dieser Stunde und lasst uns beten, dass die Bestimmung von Nigeria nicht geraubt werden kann kann nicht geraubt werden in dieser Zeit. Ganz besonders dort in die Wahlen zu gehen 2023 dass Nigeria im Willen Gottes sein wird und erfüllen wird die Prophetie Gottes über ihrem Leben. in der Name von Jesus in der Name von Jesus